Tut mir jetzt leid. Eigentlich wollte ich eben auch gerade. Ja, so. Erzähl mir das gleich. Ich gehe kurz. Warte, bis gleich. 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 Was hat unser lieber Ray denn gemacht? Fast in the fury, ass? Ach, Herr Jemini. Ach, die beiden schnellen. Geil. Ja, die lassen sich immer was. Ach so, wegen, wegen Fury. Fury, ass. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, Stan Lee. Ach, der Original, der Original Hulk. Ja, 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 ja. Ich bin the original Bruce Banner. Stiff Uppel Lip, ist das nicht ein Song von ACDC? Ja. Ja, weiter. Mit dem gleichen Schauspieler, die Figur, wie heißt der nochmal? Von den... War das von den Fantastic Four? Nee, ich weiß gar nicht. Irgendwas, irgendwas war da, wo du die beiden dann... Chris Evans, genau, der spielt da auch mit, genau, genau. Und dann so halt, hey, hey, I think I've seen you before, oder irgendwie bla bla bla. Chris hat auch irgendwie noch mal nicht schief mit. Ja, die lassen sich was einfallen. Ja. Ja, irgendwann ist der Zenit ja auch, äh, erreicht. Irgendwann, da kannst du ja mit dem... mit der Formel kannst du ja nicht mehr wirklich viel machen. Das ist ja immer das Gleiche. Ja. 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 Wie sagt er? Hälfte... Hälfte durch. Hm. Ja, na los. Endspurt. Das war die Story-Mission. Wo wir die ganzen Intels eingesammelt haben. Ja. Ich dränge dich nicht. Ja. 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 Sollen sie mal mit, äh, mit, mit Halo. Lego-Halo-Master-Brick-Collection. Ja. 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 Haben sie ja schon Aliens, Colonial Marines gemacht. Das war ja schon, äh, Parodie genug. Ne? Ja. 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 Ja, das ist halt eher Kult, ne? halt auch mit den ständig wechselnden Charakteren da und Hauptdarstellern. Kann das sogar sein, dass das die am längsten laufende Serie ist. Ich meine, wann hat die angefangen? Ende der 60er? Anfang der 70er? Wann hat Doctor Who angefangen? Irgendwo da, ne? Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. So, geht los, oder was? Yep. Ja, aber das wäre ja nur... Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht warten sie da noch ab, bis dann irgendwie zumindest der zweite, also der nächste Teil raus ist. Ja, ich nehme mal Back. Vielleicht, weil einer immer dann, ne? Die Befehle geben muss, ne? Ja, ich mache mal eben schon. Vorsicht! Ich mache mal den gleichen Fehler. Ich mache mal den gleichen Fehler nochmal. Das ist schon fast so ein, fast so ein Running Gag hier. Ach, wie, wo wollt ihr denn hin? Müssen wir da lang? Achso. Ich wollte gerade sagen, wie das hier steht. A little bit. Das piept nix. Na gut. Dann piept er halt nix. Oh ja, dann mache ich jetzt auch mal. Boom! Genau neben dir gesprungen. Entschuldigung, das wollte ich, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt ja eigentlich nur meinen Ninja-Sprung machen. Ich bin nicht auf deinen Kopf gelandet oder was. Ach Gott. Oh, Wasserfall. Ein Wasserfall ist hier. Ob wir hier wohl Lara Croft? Ja, ich bin... Ja, uh, ich auch. Wie schlimm. Aber hier ist nix. Alles pure Absicht hier. Das ist alles gewollt. Ja, oh, oh. Ach, das hat er jetzt selber gemacht. Ach nee, das warst du, ne? So. Ich sehe doch, ich sehe da was. Ich sehe da was. Hier ist was. Access Pad. Tada. Eins von zehn. Oh, das ist aber. Sehr dunkel hier. Brugs in Bezug. Commander Palmer, wir sind in Position. Beide das. Arbiter, du hast es. Was habe ich denn noch für Waffen hier? Ach, ich habe nur... Warrior of the Dome. Swords von San Helios. Assault-Rifle und, äh... Stude. Also, Standard. Standard ist es hier. Fokuss auf Ground Forces. Kraken ist going to lift off. All wings, stay back. Kraken ist on the move. Oh, oh. Oh, ja. He's angry. Fliegen. Dann fliegen, 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 na. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Da macht er alles kaputt. Das ist aber geil. Das ist geil. Das finde ich cool hier. Im Hintergrund so ein fettes Viech. Was haben wir denn da? Ein paar Jaggles, ne? Nein, der liebt Gesundheit. Ach. Wieso hat er mich denn jetzt auf dem Kieker hier? Vorsicht. Hast gesehen, ne? Dass er geflogen kam. Das war jetzt aber wirklich gewollt. So, Storm Rifle oder Battle Rifle? Storm Rifle oder Battle Rifle? Äh, Assault Rifle war nicht. Storm Rifle war blöd. ages作った. Target returning fire! Motheranu rico! Ferret together 사�riebs gesucht.